Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Shift Happens, dem dritten Part. Und ein kleines Vorwort, weil in den Kommentaren gestern ein paar sehr aufgeregt waren, weil wir uns die ganze Zeit gegenseitig umgebracht haben. Oh, der Arme, oh, der Arme, der wird ganze Zeit getötet. Ja, mir macht das nicht aus, ich habe Mana auch umgebracht. Leute, bitte beleidigt nicht Mana in die Kommentare, das ist mein Freund. Bitte beleidigt nicht meine Freunde. Es tut mir leid, wenn es manche stört, weil sie meinen, dass wir den Spielfluss auffalten. Allerdings hat mir so unseren Spaß. Und ich kann nur sagen, es kommen Phasen des Friedens und Phasen des Krieges. Gerade wenn die Level schwerer werden, steigt natürlich auch unsere Kooperationsbereitschaft. Aber wir haben Fun und ich hoffe, ihr habt auch Fun. Und wenn nicht, dann sorry, wie will das denn jetzt, okay? Mana, wenn wir noch vier Level spielen, dann kommen wir in ein neues Gebiet. Du warst gerade bei mir. Achso. Ah. Ich check's jetzt. Ich schon. Aber ich habe ja auch bei, ne, studiert. Oh. Hallo. Hä? Manu? Siehst du das? Ja. Hä? Oh, ich kann nicht machen. Ich bin tot. Weg von dir, Manu. Ich kann echt nichts machen. Alter, was hast du getan? Oh, ich kann mich klein machen. Dann geht's. Bugfix. Alter, der letzte Wurf. Der war schön. Warte, ich lieb noch. Oh, warte. Oh, aah. Hallo? Werf mich. Achso. Dann hör ich dich halt. Und jetzt? Ja, v-mich. Nimm mich. Ach, stimmt. Und jetzt werf mich links. Alter, ist das? Links! Das sind noch... Alter, mit wem spiel ich hier? Ja. Hey. Du wirst dich da jetzt hin. Was war das denn? Was war das denn? Ich will da hoch. Okay. Hallo, danke. Da, nimm die auch noch. Du kriegst alle Punkte. Wow. Warte, ich versuch's nochmal. Ja. Jetzt komm her. Ich will dir die Punkte geben. Na, wolltest du ja nicht. Oh. Gott. Du Mörder. Ich helf dir doch. Hol dir die Punkte. Nee, hol du die, du. Das sind deine Punkte. Hol du die, du. Hä? Mann, er schafft's. Hallo? Lass dich da mal los. Dann will ich dich selber holen. Okay. Was passiert hier? Was war das? Nein. Ja, danke. Und du hast studiert? Ja. Ich nehm dich mit. Ja, du offensichtlich nicht. Warum? Oh. Werf mich bitte? Alter. Gut. Nice, danke. Können wir das unten irgendwie anhalten? Nee. Hier. Flieg, Manu. Ich wette, ich glaub, wir kriegen bestimmt Rundschalter. Warte, warte, ich mach's. Hä? Oh, fuck. Das ist doch so ein Ding, wo man länger draufstehen muss. Ja, ja. Easy. Äh. Oh. Du musst noch kommen. Hä? Manu. Achso. Oh. Achso. Hä? Nice. Gewonnen. Warte, vielleicht kann man das auch allein schaffen. Ah, du musst mich wahrscheinlich fangen. Ich muss da wahrscheinlich getimt drauf springen. Hast du drauf und dann... Nee, du kannst aber selber drüber springen. Oh, komm rüber. Du kannst aber selber springen. Wenn du klein bist. Ja, vielleicht mit dem richtigen Timing. Ja, aber du kannst mich auch fangen. Ja, mach. Achso. Hey. Äh. Äh. Es. Ja. Danke. Warte, ich muss... Kann ich mal... Danke. Hallo. Oh. Okay. Äh, warte, ich hab ne Idee. Ich mach... Jetzt komm her, spring hoch. Geht das? Nee, geht nicht. Schade. Hä? Oh. Nimm's auf. Schön. Hä? Jetzt kannst du hoch, genau. Jetzt kann ich dich... Fang mich. Ja, danke schön. Ah, guck mal. Jetzt können wir zusammenschieben. Ja. Achso, dann kann man nicht schieben. Da. Bade. Äh, und jetzt... Dafür Spaß. Jetzt nimmst du mich. Hol ich dich hier hoch. Und dann mach ich hier... Zack. Ja. Und dann mach ich noch... Zack. Mach jetzt, damit ich mehr Punkte hab. Und dann... Zack. Äh. Tschüss. Äh. Achso. German. German, bitte. Oh, nein. Soll ich es verlieren. Nein. Okay. Ich hab dich. Ja. Oh. Äh, hier. Nimm die. Zack. Äh. Kommste? Oh, es geht nicht. Oh. Hier. Nein. 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 Diese mörderischen Dinger. Achso. Jedes Mal muss er mich abwerfen. Oh, nein. Ich... Oh, nein. Ach. Jetzt kann ich Punkte verlieren. Ähm. Ja, werf mich. Achso, warte, warte. Ne, ne. Doch, doch. Werf mich. Werf mich. Du musst groß werden dann, ne? War der. Okay, bleib groß. Und jetzt muss... Ja. Kannst du einfach rüberspringen. Du kannst unten... Ne, unten durchkannst du ja nicht, weil du stirbst. Geh mal weiter weg. Guck mal nach rechts. Wenn ich groß bin, kannst du da runter. Lauf. Einfach. Lauf einfach jetzt rüber nach rechts. Aber... Die... Und dann springst du und ich kann dich aufheben. Doch, komm rüber. Komm rüber zu mir. Oder passiert dir da? Dann mach dich... Dann will ich klein sein. Dann geh nochmal drauf. Wenn ich springe am Anfang. Guck mal. Dann kann ich hier. Ah. Und dann muss ich mich jetzt fangen. Okay, warte. Drei. Ja. Oh mein Gott. Es ist mich ab. Äh... Okay, das ist schwieriger. Guck. S und E. Hä? Ne, war richtig warm. Was? Warum? Ach so. Warum sprichst du denn dann ins Wasser? Nein. Ich hab gedacht, das wäre alles Wasser. Wie komme ich jetzt zurück? Wenn du einfach rüber springst, komm her. Spring. Als keiner franz. Ich habe E gedrückt. Ja. Dir hat es einfach nicht gefallen, dass ich Punkte hatte. Ich verstehe schon. Mach. Ja, das war... Ich habe irgendwie gedacht, da wäre überall Wasser. Sorry. Oh. Boah. Das... Ich hätte einfach nur noch Panik. Okay. Ne, bleib klein. Und jetzt spring. Ach so, wir dürfen nicht gleichzeitig sterben. So. Okay. Drei, zwei, eins. Los. Okay. Okay. So, und jetzt einfach nichts machen. Einfach nichts. Ja? Okay. Einfach freuen. Und jetzt... Müsste nach links. Genau. Oh, einer von uns ist da unten. Genau unten. Okay. Perfekt. Warte, ich verwandle mich. Hallo. Löffel ich hoch. Da sind Punkte. Äh. Ah, guck mal. Ja. So müssen wir nicht mal rechnen, wie wenige Punkte wir haben. Ah, du meinst, dass er eine Null hatte. 35 Punkte. Wie wenig. Ach man, ja. Das wird immer schlechter. Ja, das war traurig. Guck mal, lieber den zweiten Stern. Wie nicht mal dein Teil sich füllt. Oh, ich freu mich, guck mal. Ich freu mich. Oh, jetzt bin ich beleidigt. Oh, guck mal, wir haben wieder Herz bekommen. Wollen wir mal? Okay. Ja. Äh. Hallo. Okay, komm. Kein Mal sterben. Kein einziges Mal. Wir denken uns über alles nach. Hä? Ach ja, wie cool das war. Hast du das gesehen? Ey, das war echt geil. Äh. Ja. Okay. Vorsichtig. Oh nein. Äh, hier. Leg mich hin. Nimm das einmal. Ähm, da sind Punkte. Hol die mal. Nicht werfen. Leg nach rechts, leg nach rechts. Nicht töten, nicht töten. Oh Gott. Da. Genau. So, und jetzt, pass auf. Nimm das mal. Okay. Ja, ja, ja. Geh mal rechts mit mir darüber. Ne, mal guck, guck erstmal, was der Hebel macht. Was geschieht, wenn ich das jetzt... Guck mal, drück den. Ui. Ah, ach so. Oh. Tschüss. Ja, das ist auch mitgekommt. Ja, ich hatte aber auch kurz Angst. Ich hatte ne Angstattacke. Achso, den brauchen wir gar nicht. Ja, der kann da auch gar nicht durch. Ah. Äh, okay. Dann geh, äh... Äh, du werf mich mal hoch. Äh, andere Richtung. Oder nach oben. Nach oben drücken. Ich glaube, du musst mich nach oben drücken. So, oder? Den anderen Wurf. Den nach oben. Ah. Hol erst mal den Punkt. Öh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du schaffst das. Ich glaube er nicht. Und? Schaff ich den Sprung? Ja. Okay. So, dann gehst du jetzt drauf als Fetty. Da hin. Du musst als Fetty drauf. Ja, ja, ja. Das ist mir klar. Aber ich wollte erst... Aber ich wollte erst die Punkte holen. Ja, du hast dich geswitcht. Und dann hab ich mich geswitcht und dann war alles schrecklich. Hallo? Oh nein, wir brauchen eine Kiste, oder? Hä? Nee, werf du mich dagegen. Ach so, stimmt. Ich bin eine Kiste. Ich bin eine Kiste. Ja, ja. Ah, ich bin eine Kiste. Bisschen Müll. Hier, komm. Oh. Hey. Hey. Hui. Hui. Nice, Manu. Ich hab noch nie, wenn man so viele Punkte auf Sammeln sehen, in meinem Leben. Ah. Soll ich werfen? Ja. Hä? Ah, ich muss da auch hoch. Ach so. Fang. Oh. Als kleiner, den großen fang. Fang mich. Fang mich. Ja. Ähm. Geht das? Nach oben drücken, während du mich wirfst. Ach so. Ich bin wie eine Kiste. Ja. Wie eine Kiste. Eine Kiste, die sich bewegt. Och, jetzt kannst du... Oder hätte ich dich werfen müssen? Nee, du musst dich werfen. Nee, probier's mal. Du musst dich werfen. Geht nicht. Nimm mich. Nee, wie soll ich dich da wer... Jetzt werfen. Wir haben mich verwacht. Okay, wir haben es. Ist es gewollt? Ja, wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ähm. Okay. Du musst dich werfen. Ja, ich werfe. Das ist immer die Lösung. Na oben, genau. Jetzt muss ich fett werden. Und... Ah. Ja, ja. Nee, nee, nee. Ich werd fett. Dann geh hier raus. Und dann wirst du fett. Und dann geh hier hin. Und dann... Ah. Alter. Wo hast du denn... Hast du dich gerade fett gemacht? Als du da drunter warst? Du hast doch im perfekten Moment gefragt, wo ich studiert hab. Ui. Ich dachte schon, mach's jetzt wieder fett. War das unser erster Tod? Ja. Ja, ich glaub schon. Äh. Oh, schalte. Ja, mach. Ui. 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 Du's manual. Ich glaub, du musst klein werden. Ja. Ah, guck mal. Oh. Krass. Ich glaub, ich kann damit hochfahren, weil der so langsam fährt. Ui. Warte, da können wir beide drauf. Äh, okay, ich mach. Aber ich will klein sein, dann bin ich schneller. Ui. Guck. Was? Mh, aua, da kommen wir nicht hoch. Abfalleimer! Oh, oh. Warte, das Teil der... Oh Gott, ich hab gar nicht mehr Wasser. Teil da links. Oh. Oh Gott. Äh, ja, ich fass runter, damit du hier vorbeikommst. Ja, guck mir einfach mal, was hier rechts ist. Okay. Oh, jetzt hätte ich gerne. Ich hol'n Punkt. Zack. Ey. Zack. Zack. Nee, die Lösung befindet sich hier. Kommst du? Kann dich doch hier gegen das Ding werfen, oder? Ja, ja, aber wir sollten das holen. Warte. Mit den Punkten. Nee. Achso, weil oben die Barriere ist. Ah, mein... Nee, du musst aber springen. Achso, doch. Aber ich kann nicht... Ah, nee, nee, mach, mach. Ich muss groß werden. Nein, geht zurück, geht zurück. Achso. Ich muss in der Luft groß werden. Ah, da komm mit. Nee, aber das war doch in die falsche Richtung. Guck mal, das ist in die falsche Richtung. Das funktioniert ja nicht. Ja, ich weiß. Oder denkst du, es funktioniert trotzdem. Ja. Einfach durch den Aufprall, durch unsere ultimative Masse. Ja. Und... Go. Oh Gott. Alter. Ich hab gedacht, ich sterbe. So, und jetzt musst du... Ja, du musst... Ich kann da nicht mehr. Guck mal, ich kann nur klein unten drunter durch. Achso, jo. Aber du kannst es holen. Alter. Wir haben es gelöst. Wir haben es echt gelöst. Warte, warte, nichts drücken. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Das passiert mir nicht nochmal. Boah, ich hab nur 42 Punkte Hilfe. Ja, du brauchst mehr. Ja, ganz dringend. Wir brauchen 50 auf dir. Oh. Du kannst es schaffen, aber nicht mehr. Da sind nur... Außer du bringst die um, aber hör auf nicht. Äh. Ich muss... Ferti. Geh drauf. Oh Gott. Alter. Du brauchst die Punkte. Los. Komm her. Fertig. Nein. Es geht eh nicht mehr. Rechts blockiert. Achso. Du musst mich fangen. Kannst du mich? Geht nicht. Oder doch. Ich glaub schon. Für einen Moment. Okay. So. Hallo? Nach oben. Musst du drücken. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das weiß ich natürlich. So, okay. Kann ich da jetzt einfach rüber? Ja. Als kleine Fass geht das. Mann! Ne, das geht. Oh. Das geht. Natürlich geht das. Hab ich doch gesagt. Hast du was anderes gehört? Ne, ne. Mal schauen, wie viel haben wir jetzt? Warum hab ich nur sieben? Ich glaub, wir haben nicht genug. Hä? Ich hab 55. Jetzt sind doch nur einmal gestorben, oder? Ich glaub schon, ja. Muss man... Ey, darf man kein einziges Mal sterben, und dann kriegt man extra? Oder ist es einfach unmöglich? Oder kriegt man das nur mit dem Side-Rennen? Versteh jetzt nicht. Also wir müssen einfach mal wirklich einmal nicht sterben. Finale. Manu, das ist das Finale. Bin ich rot? Ah ja. Ja. Ich hab mich kurz vergessen. Oh, so. Musst du werfen. Äh. Alter, nice, Manu. Du hast genau... Ui. Und jetzt? Hallo? Achso, ich muss... Hallo? Du musst gerade sein, da unten durch. Ne, wir müssen wechseln, die ganze Zeit. Du musst einfach da unten durch. Da ist ne Lücke. Nein, guck mal, das ist ein Trampolin. Guck mal. Ich spring drauf, dann wirst du groß, dann machst du so, dann werd ich groß, dann gehst du wieder höher und dann... Ja, aber trotzdem... Guck mal, wie cool das war. Dadurch bist du durchgekommen. Ja, aber... Ja, aber... Und jetzt? Du bist einfach ultra cool gewesen. Ich wollte aber einfach, dass du nach rechts gehst. Hier, hol sie dir. Ja, wie denn? Lieb genug. Das fährt hoch. Ne. Oh, dann müssen wir zusammen hoch. Ja, du musst komm. Fang mich. Okay. Das ist auch so geschafft. Ganz locker. Fang mich schnell. Mir ist schwer gewesen. Ich hab's. Oh nein. Hilfe. Ich drück nichts. Ich will nicht, dass wir sterben. Ja, ja, ja. Unser Zimmer drei Sterne. So. Äh. Achso, ich muss dich erstmal hochwerfen. Ja. Ui. Ähm. Ich, okay. Ich übernimm's. Ja. Okay. Warte. Ich spring. Wir verändern uns. Wir verändern uns. Wir verändern uns. Ja. Komm, ich muss dich werfen. Warum? Hallo? Oh, oder du willst mich. Warte, aber das ist doch so eins, wo man länger bleiben muss. Ah ja, stimmt. Hä? What the fuck? Dann fliege ich einfach trotzdem mal da hin. Oh, dann kriege ich dich nicht mehr hier hoch. Dann müssen wir wieder diese Springerei machen. Das muss wohl wie das sein. Na, du holst erstmal das. Ja. Was denkst du, macht der Sche... Ach, da... Nee. Da rechts ist dann ein Teil, aber das kriegen wir niemals nach links. Außer der Schalter. Guck mal unter uns durch. Vielleicht kann man durch diesen Lüftungsschacht irgendwas später machen. Nee, oder? Hm-mm. Gab es solche Dinge? Ich schmeiß dich einfach. Wie ich dadurch jetzt nichts mehr... Warum, Mann? So richtig. Und jetzt geh. Ja, man muss... Hä? Ah, aber warum wir jetzt auf einmal... Das macht ja gar keinen Sinn. Warum musst du dann immer da drin leben? Ja, musst du mal wirklich. Guck mal. Ja, ich komm. Okay, wir haben es. Äh. Ja. Wir sind doch kein einziges Mal gestorben. Ja. Ich wette, ich bringe dich jetzt irgendwie aus Versehen um. Oh Gott. Wir müssen das holen, ey. Wir brauchen das. Okay. Zack. Ja. Ah, sehr gut. Okay, aufpassen bitte. Ich werf dich hoch und drück nichts. Ja, was ist... Was soll das hier? Oh, ach du Scheiße. Okay, ich mach mich jetzt groß. Ja. Umgekehrt. Nee. Hä? Ich hab mich klein gemacht. Hallo? Hallo, guten Tag. Was bringt das? Sie sind verbunden. Hä? Was ist da passiert? Ah. Achso. Hä? Ah. Warte, 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 warte. Ach. Nee. Können mich da festhalten oder so? Nee. Vielleicht bist du mir abwechselnd. Ah, ich muss dich da... Yo. Du musst fett werden, du musst fett werden. Nice. Geil. So, jetzt sind wir die Würstchen nach links. Zack. Und dann kriegen wir noch mehr Punkte. Das ist ja cool. Und wir sind immer noch nicht gestorben. Ja, krass. Zack. Komm her, Manu. Wir haben es bestimmt auch gleich. Komm her, meine Arme. Ich hab dich. Guck mal, ich zerquetsch dich jetzt. Boah. Tot. Äh, okay. Wieder Trampolin. Ich drücke, okay? Ja. Ui. So, da oben. Oh nein, wir können sterben. Ach du Scheiße. Oh nein. Du kannst mich erstmal hochfahren. Ja, mach. Komm. Ich bin da. Ah, da müssen wir hoch trampolieren. Ja. Nee, nee, nee. Ah, da links. Stopp, stopp, stopp. Ja, ja. Wir müssen erst den Schalter umlegen. Wir müssen hier umtrampolieren. Wir müssen noch höher springen. Hä? Was? Ja, ich würde da oben links den Schalter drücken wollen. Ja, genau. Und dafür müssen wir wieder auf die Trampoline. Ja, ich würde sagen, ich springe jetzt runter. Und dadurch fliege ich... Nee. Hä? Ich würde sagen... Ach, du musst unten bleiben. Als Kleiner. Deswegen, ja. Stell dich, genau. Und jetzt gehe ich spring drauf. Aber wir müssen trotzdem, glaube ich, häufiger machen. Ich glaube, das reicht nicht. Meinst du? Ja. Ja. Ich drück. Okay. Und jetzt hol's dir. Jetzt muss ich's haben. Geh wieder drauf. Das ist mit Timer. Du miese Schwein. Okay, dann drück ich jetzt gleich. Ja, mach. Drück. Fett, fett. Und lass mich hoch. Oh Gott, geh raus. Genau. Oh Gott. So, und das muss jetzt... Jetzt musst du mich ein bisschen hochfahren und dann geht das. Oh Gott. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Okay, fahr mich hoch. Und wir müssen noch alles haben. Fahr mich hoch. Fahr mich hoch. Achso. Stimmt. Ich hol dich. Okay, bitte. Oh. Ja. 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 Ey. Wir haben's. Denkst du? Errungenschaft. Aber wir haben nicht mehr Punkte. Errungenschaft. Hallo. Was? Vielleicht muss man das in einer bestimmten Zeit schaffen oder so. Vielleicht ist das echt dieses Speed-Ding. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß von den Kommentaren schon, dass es in jedem Level ein Secret gibt, durch das man die extra Punkte bekommt. Doch unsere Vergangenheit, ich wissen das nicht. Ähm, die nächsten drei oder vier Folgen sind auch noch, oder zwei Folgen sind auch noch voraufgenommen. Ich muss noch schneiden, ich weiß nicht, wie viel das ist. Äh, bei denen wissen wir das dann auch nicht, aber danach wissen wir Bescheid. Nächstes Mal geht's ins neue Gebiet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.